Alle, wach aus. Shh, Baby, war nur ein Albtraum. Alles ist okay, du bist eingenickt. Ja, mehr als eingenickt wäre ja auch mal etwas Neues. Freu dich, Liebling, wir sind da. The common breadfalls. Oh, Gott. Oh, zum Glück nur ein Albtraum. Oh, Gott, das war aber sehr, sehr intensiv. Ja, doch. Gleich. Na gut, ich stelle mich neben dem alten Mann. Hier? Ja. Hallo. Hallo. Schön, dass Sie gerade jetzt unsere Stadt besuchen. In zwei Wochen ist Hirschfest. Hirschfest? Hast du das gehört, Schatz? Ihre Frau ist sehr hübsch, wenn ich das sagen darf. Mein Name ist Pat Mayne. Schön, Sie kennenzulernen. Ja, ich bin Alan Wake. Ich habe einen berühmten Schriftsteller wie Sie natürlich erkannt, Mr. Wake. Es ist mir eine Freude. Ich bin eine echte Leseratte. Ich will mich wirklich nicht aufdrängen, aber ich moderiere die Abendsendung beim lokalen Radiosender. Bekomme ich vielleicht ein Interview? Wissen Sie, Mr. Mayne, ich mache hier Urlaub. Eigentlich wäre es mir am liebsten, wenn meine Anwesenheit unter uns bleiben könnte. Das verstehen Sie doch sicher. Natürlich, verlassen Sie sich auf meine Diskretion. Ich bin nicht schwer zu finden, falls Sie Ihre Meinung ändern. Ich wünsche Ihnen beiden einen schönen Urlaub. Danke. Oh, schau. Der erste Fan, der mich schon erkannt hat. Nirgendwo hat man Ruhe vor diesen Fans. Weil die sind natürlich auch irgendwie cool. Bücher verkaufen sich, aber manchmal... Es ist auch anstrengend. Danke. Ich will nur sicher sein, dass du dich erholst und deine Akkus auflädst. Und wie ist es so? Hat dich die Natur schon inspiriert? Barry, wir sind gerade angekommen. Okay, Elf. Ich frage später nochmal nach, ob bei euch alles in Ordnung ist. Und du merktest dich, wenn es ein Problem gibt, okay? Okay. Ich will nur dein Bestes, Kumpel. Wir hören uns später. Ich hab dich auch lieb, Barry. Du weißt doch, dass er dich alle fünf Minuten anrufen wird. Barry ist Barry. Ich kann das Telefon immer noch ausschalten. Siehst du... Ein SMS von Barry. Er lässt dich auch schön grüßen. Allen, wir sind da. Komm zurück zum Auto. Okay. Zeit, die Fähre zu verlassen. Wir müssen beim Dinner anhalten und den Schlüssel vom Vermieter abholen. Ein Mr. K. Stucky. Er wartet auf uns. Ich tanke und du holst den Schlüssel. Ich hol dich hier ab in 15 Minuten. Okay. Allen, danke, dass du mitgekommen bist. Ich liebe dich. Fahr schon. Ich werde mich schon benehmen. Orte wie diesen hatte ich schon fast vergessen. Kleinstädte, in denen jeder jeden kennt. Willkommen im Audio-Diner. Hi, können Sie mir vielleicht helfen? Ich suche jemanden, der heißt... Mr. Wake? Alan Wake? Oh Gott! Ich bin Ihr größter Fan! Oh Gott. Ich suche Mr. Stucky. Carl Stucky. Carl? Oh, natürlich, Mr. Wake. Er muss zur Toilette gegangen sein und ist sicher gleich wieder zurück. Ich fasse es nicht. Ich habe alle Ihre Bücher. Ich habe den Starschnitt vom Buchladen bekommen, aus dem Schaufenster. Und Sie bewahren ihn hier auf? Okay. Dann ist ja gut. Noch was? Nein? Okay. Probieren Sie den Kaffee. Aber ich bin unschuldig, wenn Sie ihn verfallen und Ihnen das Herz bricht, wenn Sie wieder abreißen. Unser Rusty ist kein Mensch mehr. In seinen Adern fließt nichts als schwarzer Kaffee. Aber da sind wir schon zwei. Gut. Ah. Bleiben Sie länger, Mr. Wake? Ah. Ich kann es gar nicht glauben. Ich unterhalte mich gerade mit Alan Wake. Ja. Noch irgendwie, dass du mich jetzt nerven willst, dann zieh durch. Ist sie allein oder ist Ihre Frau bei Ihnen? Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen die Stadt zeigen. Ich habe uns als Feierabend. Danke, Ross. Wir werden daran denken. Ich... Gibt... Navigationssysteme. Navis, die nerven nicht. Oh. Und die Dinge sind ja nicht komisch. Gott. Oh Gott, die Fens. So viel zum ruhigen Urlaub. Oh, da weiß ich so. Intensivisteller. Na toll. Cool. Oh, das ist ein Thermosfusher. Du mir einen Gefallen, Kleiner. Ich könnte jetzt wirklich ein bisschen Musik brauchen. Coconut, Nummer 6 in der Jukebox. Ich würde ja selbst gehen, aber mir sind beide Beine eingeschlafen. Schlechte Durchblutung. Oh, yeah. Ist das sein Ernst? Coconut schon wieder? Das ist einfach wieserisch. Und so willst du ein Rocker sein? Unglaublich. Ha! You put the dime in the coconut, drink them both up! Glaub bloß nicht, dass ich dich nicht im Schlaf ermorde, bloß weil wir Brüder sind. Dann muss man dem Ding einen ordentlichen Klaps geben. Ja, das ist mein Lieblingslied. Coconut, das ist genau mein Ding. Oh, ja. Das war's. Ich bin tot und in der Hölle. Oh, Gott. So einer geht voll ab und der andere hat schon keinen Bock mehr. Ah, die beiden. Wird ja einmalig. Gott, dann ist er immer bei eurer Musik alleine, hab ich gern gemacht. Ah, den Thermos hat schon sehr schön. Gehen Sie da nicht rein, junger Mann. Sie könnten sich im Dunkeln verletzen. Ich schaffe das schon, Ma'am. Ich wollte nicht warten. Ich wollte Stucky kriegen. Sie wollen doch nicht sterben, oder? Oder kein Schlimmeres. Die Kellnerin ging mir auf die Nerven. Aber er wollte nicht töten. Sterben. Wenn ich geradeaus gehe zum Klo. Ist ja toll. Ja, schön. Freut mich. Jetzt such dir immer jemanden, den du dir die Geschichte erzählen kannst. Wo ist denn hier Stucky? Ja, ist ja ein Klo, naja. Hallo? Mr. Stucky? Karl hat es leider nicht geschafft. Er ist krank geworden. Aber ich habe den Schlüssel und Anweisungen, wie sie zum See kommen. Ich wünsche viel Spaß in meiner Hütte. Ich komme später vorbei und schaue nach dem Rechten. Und nach ihrer Frau. Unbedingt. Danke. Ich bin froh, dass alles geklappt hat. Ich auch. Total. Ja, also ich muss dann aber, ne. Ich will meine Frau nicht warten lassen. Tschüss. Ich bin froh, dass ich so ein bisschen verletze. Du hast Glück gehabt, junger Mann. Im Dunkeln kann man sich leicht verletzen. Die hier muss repariert werden. Da muss ich Sarah sagen, dass sie sich um das Licht an der Wache kümmert. Das ist schon zu lange fällig. Du weißt ja, jetzt rumzustehen verbessert die Situation oder wie? Hey, Sie haben nicht zufällig was für Trinken dabei, Tom? Ich bin nicht Tom. Die Andersons sind unsere Musiker. Wir warten auf Dr. Hartmann, der sie abholen wollte. Sie sind aus einer Klinik bei der Colbrin Lake Lodge abgehauen. Gut. Bis dann. Danke. War aber nett. Ja, tschau. Mission erfüllt. Der Schlüssel und die Wegbeschreibung. Mein Held. Ich habe Taschenlampen. Zur Sicherheit. Hey, warten Sie! Mrs. Wayne! Ihr Schlüssel! Der Steiner weicht ein Irrenhaus. Was für ein Ort. Das wäre doch der perfekte Schauplatz für ein Buch. Wir wollen hier Urlaub machen, Alice. Ich denke drüber nach, wenn wir wieder zurück sind. Okay? Okay. Wir können später drüber reden. Ich wollte gar nicht darüber reden. Ich wollte meinen Kopf in den Sand stecken. Ich bin begleitet von einem meiner Lieblings-Songen. Früher war ich mal ein erfolgreicher Schriftsteller, aber das war lange her. Seit zwei Jahren hatte ich kein Wort zu Papier gebracht. Seit meinem letzten Buch. Und jetzt das Wetter. Es wird eine klare Nacht. Also, ihr Stadtmenschen, riskiert euch mal einen Blick nach oben und guckt euch an, wie Sterne aussehen. Hier draußen wird es ziemlich dunkel, aber sie leuchten euch den Weg. Oh, das ist schön hier. Wow, das ist fantastisch, Alan. Ja, nicht schlecht. Keine Angst, Schatz. Wir sind drinnen, bevor es dunkel wird. Und ich habe die Taschenlappe. Ich weiß, ist schon gut. Alice hatte eine Phobie. Angst vor der Dunkelheit. Ich wollte sicher gehen, dass wir vor Sonnenuntergang ankommen würden. Naja. Okay, jetzt sind wir noch ein paar Schritte. Hm, das ist aber echt nett hier. Echt ein schöner Ort, muss man sagen. Wow. Top! Silvers Aero heißt es hier, okay. Na komm, Alice. Ist aber echt schön hier, wirklich. Aber warum hast du Schüssel haben wir jetzt... Okay. Also Schüssel haben wir jetzt bekommen. Okay. Schick. Da ist noch ein kleiner Keller. Was ist hier drinnen? Was ist denn hier drinnen? Was ist denn hier drinnen? Aber echt? Aber echt? Alice hatte mir von der Cauldron Lake Lodge erzählt. Das alt Gebäude war früher ein Hotel gewesen. Heute war es aber nicht mehr öffentlich zugänglich. Ah, dann sind wir schon dahin gegangen. Aber es ist echt schön hier. Schön abseits, keine Menschen. Diese Insel war einst Schauplatz einer Liebesgeschichte. Vielleicht würde sie das wieder. Was steht da? Oh. Tz. 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 Das hätten wir. Sehen wir mal hinein. Ah, so kann man auch so spielen. Na Gott, so schöner. Tz. 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 Ah, ja. Das kann ich nicht lesen. Na Gott. Die Vorbesitzer. Oder wie auch immer. Komm schon. Ganz schön dunkel da drin. Wir brauchen Licht. Kannst du wieder für Strom sorgen, Liebling? Na, warte. Hallo? Jemand da? Oh, Thomas Hasche. Guck mal kurz oben, ne? Ich komm gleich. Kein. So. Einen Moment lang suchte mich wieder der bedrückende Albtraum von der Fähreheim. Oh. Was zum Teufel. Oh. Jetzt fang ich schon an von realen Personen zu träumen, Marc. Ja, alles Gott. Ich musste den Strom in der Hütte zum Laufen bringen. Irgendwo auf der Insel musste ein Sicherungskasten oder Generator sein. Die Hütte sah aus wie eine Zeitkapsel aus den 60ern. Wenn nicht noch früher. Ah, rauschte irgendwas. Die Hirschfestbesucher todeln langsam ein. Ich habe gerade einen auf der Fähre getroffen. Einen berühmten Künstler. Mal sehen, ob ich ihn noch zu einem Interview überreden kann. Jetzt ran an die Telefone. Hallo? Sie ist von KBF FM. Hallo, Pat. Hier ist Rose. Hallo, Rose. Was haben Sie auf dem Herzen? Ich weiß, wer der berühmte Künstler ist. Alan Wake, nicht wahr? Er ist mein Lieblingsschriftsteller. Ähm, Rose ich? Ich habe ihn gerade im Diner gesehen. Ich freue mich so sehr, dass er hier ist. Er freut sich bestimmt auch hier zu sein. Tja, Freunde, die Katze ist aus dem Sarg. Wie ist Batman auf KBF FM und jetzt etwas Musik. Na toll. So viel zur Diskretion. Warum können Menschen nicht mal die Fresse halten? Immer müssen sie alles ausplaudern. Ja. Das Wasser war klar, aber dunkel. Es sah sehr tief aus. Oh, ne. Er ist halt ein bisschen faszinierend. Oh, es sieht schon cool aus. Echt ein cooler Urlaubsort. Na gut, okay. Ich wollte meine Frau nicht warten lassen. Unsere Alice. Das Stromkabel führt zu dem Schuppen da hinten. Ja. Danke. Auf Welt ist jetzt gekommen. Vielen Dank für die Hilfe. So. Das Stromkabel führte zu einem alten Generator. Es wäre Licht. Aber Jesus fand den Schalter nicht. Die Lichter sind an. Gute Arbeit, Liebling. Ich mache mich frisch und mach's mir bequem. Okay. Ich schaue mich ein bisschen um. Na klar. Viel Spaß. Es war ein schöner Ort. Ich sagte mir, dass ich hier entspannen könnte und schlafen und meine Arbeit vergessen. Ich dachte, wir könnten hier glücklich sein. Ah, man weiß mal, wann war unsere Frau jetzt? Hm? Alice? Schatz? Jetzt halt's auf. Alan, ich bin oben. Ich habe eine Überraschung für dich. Hm? Also, ähm, hallo? Ich bin nicht die Überraschung. Sie ist im Arbeitszimmer. Sieh nach. Okay. Hm, wer aber eine sexy Überraschung. Ah, okay. Schade. Das. Überraschung. Alice? Was soll das? Ich muss dir ein Geständnis machen. Ich habe gedacht, dass du hier vielleicht schreiben könntest, dass dir der Ortswechsel hilft. Verdammt Alice! Du, äh, alle wollen das. Hey, hey, hey! Hör doch mal zu! Es gibt hier einen Arzt, Dr. Hartmann. Ich kenne sein Buch. Er hat hier eine Privatklinik. Spezialisiert darauf, Künstlern zu helfen. Willst du mich jetzt einweisen lassen? Nein, so war das nicht gemeint. Das ist... Alan? Alan! Lass es! Lass es einfach! Ich will es nicht hören! Verdammt Alice! Gott verdammt! Ich wusste, sie würde mir nicht in die Dunkelheit folgen. Ich brauchte Zeit für mich, um nachzudenken. Ah! Ich weiß nicht, wie es ist! Verdammt! scheiße warte ich komme ich komme graben die angreifen und auf mein licht reagieren ist hier los nein nein alice alice oh nein ja